Jo Leute, was geht? Willkommen zu Raft. Mit dabei die liebe Yasmin und ja, viel Spaß mit den Highlights. Oha, siehste, der hat uns schon angegriffen. Du musst echt aufpassen. So, Anker lichten. Oh nein, was habe ich? Ich habe Durst. Der Hai ist schon wieder da. Oh Scheiße, dieser Vogel. Ich bin gleich tot. Nein, die Möwe, weg. Hallo Lotzke. Alter, es sind zwei. Boah, ich werde dir so viele Planken mitbringen. Nein, dieser Scheißvogel. Und so viele Kokosnüsse. Lass mir was über, bitte. Ja, ich bin ja auf der Insel. Du tauchst ja. Nee, kann ich nicht. Wieso nicht? Ich habe gerade keine Angeln, kann keinen Köder machen. Und der Vogel ist direkt bei mir. Was fehlt dir für den Anker? Für die Angel? Ja. Zwei Planken. Was brauchst du? Zwei Planken. Sind in der Box. Hohe Sebras für unten. Ja, muss ich erst seile. Okay, dann brauche ich auch noch wieder Blätter. Aber die, hast du welche? Ich komme jetzt nicht nochmal zurück. Nee, alles gut. Scheiße, da kommt der Vogel. Das ist Mist, so kann ich nicht in Ruhe angeln. Ja, hier ist ein Wildschwein. Oh, da musst du aufpassen. Ja, da will ich aber nichts zu tun haben mit dem. Ja, musst du aufpassen. Die können richtig schnell laufen. Ja, wir müssen wieder fahren. Ja, gleich, weiß ich. Ich bin gleich tot. Wie, du bist gleich tot, wieso? Ja, wegen dem scheiß Vogel. Du musst in Bewegung bleiben, dann kann er dich nicht treffen. Aber hier ist noch so viel Schrott, den brauche ich. Weiß ich, ich brauche was. Oder du gehst unter Wasser, kann er dich auch nicht treffen. Ich bin... Du musst mich retten. Wie, du bist tot? Ja, ich bin am Floß. Da, am Sand. Ich wollte gerade zurück mir was zu essen holen. Ja. Da hat er mich geholfen. Vor allem, wie schnell holt der sich immer irgendwelche Steine? Wir müssen dafür erstmal ein Bett bauen. Ich hoffe, ich habe genug. Damit ich dich wiederbeleben kann. Sicher? Ich komme jetzt. Warten auf Rettung. Ich komme, bin unterwegs, bin unterwegs, bin unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wie lange hast du denn noch? Kann ich noch sammeln oder muss ich direkt kommen? Ähm, keine Ahnung, hier läuft nichts. Oder mein Hunger. Ah, mein Hunger geht noch runter. Ja, ein bisschen habe ich noch. Ist noch nicht rot. Aber blinkt schon. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, thank you. Juhu. Hast du mich hochgepackt? Ja. Du hast mich auf der Schulter geworfen. Ja. Jetzt muss ich erstmal ein Bett bauen. Äh. Äh. Pass auf, ihr Vogel auf. Ja, wohn auch jetzt ab. Hilfe. Ja. Ah ja, diese Ziegel muss ich jetzt machen. Nasser Ziegel. Oh, oh. Oh, warum bist du mal tot, du Scheißhai? Ja, er ist tot. Ja. Und kannst du Beginner-Shark-Hunter. Auf seine. Ich mache mir jetzt auch mal einen Speer. Kann ich jetzt endlich mal. Das Hai-Fleisch gibt auch richtig gut Essen. Okay. Guck mich mal an. Ja. Geil. Ist nicht gut. Willst du haben? Nee, alles gut. Nee, ich will den. Also ich ziehe den eh nicht an. So bitte nicht? Nee. Ja, okay, dann gebe ich den. Liegt. Anker geworfen. Jetzt will ich, dass du unter Wasser alles einsammelst. Da Hai ist auch gerade weg. Ja. Mit dem Haken. Mit dem Haken, der ist fast kaputt oder was? Brauchst du noch einen. Wo sind wir denn hier? Achso. In der Insel. Warte, ich will den noch. Und pass auf, oben in der Mitte ist ja dein Sauerstoff, ne? Musst du immer wieder hochgehen, Sauerstoff. Ja. Nein, mein Heilkopf. Oh, wir können schon einen verbesserten Haken jetzt bauen. Ja. Guck mal, den kriegst du sogar. Hier, einen verbesserten Haken. Oh. Oh. Boah, sieht der cool aus. Dankeschön. Bitte. Okay, so langsam läuft's. Was machen wir denn als nächstes? Ich würde sagen, diesen großen Reiniger. Dafür brauchen wir Glas. Wir brauchen jedenfalls an der, an der Insel, da brauchen wir Holz, äh, Ton und Erde. Äh, Ton und Sand. Und wir mal Öfen bauen können. Soll ich wieder tauchen? Ja, du musst erst mal einen Haiköder machen. Achso. Du hast ja getroffen, die ganze Zeit vom Hai. Aber wir haben noch einen. Ja, genau, dann schmeißt du ihn weg und dann tauchst schnell. Nein, weg. Scheiß Mühe. Nein, das kann doch nicht sein. Ich schmeiß den Haiköder und der fucking Hai. Du musst erst warten, bis er auf den Köder geht. Dann bleibt er da die ganze Zeit. Ja. Ja, der war hier, aber hab ich den aufs Floß? Der hängt irgendwie unterm Floß. Oder ist es richtig so? Oder macht der unser Floß kaputt? Der ist am Floß, der ist am Floß. Was hast du gemacht? Der frisst das ganze Floß auf. Ich hab dir gesagt, nee, der ist am Köder. Ach, hast du den Köder direkt? Weil der Köder ist da. Da musst du ihn weiter wegwerfen. Ja, ich krieg den jetzt nicht mehr. Oh Gott. Aber der macht das nicht kaputt, glaub ich. Okay. Also, das mit dem Hai-Köder hast du nicht so gut hinbekommen, würde ich leider sagen. Nee, ich weiß. Ja, ist okay. Das muss beim nächsten Mal ein bisschen besser laufen. Der geht schon... Ist der jetzt auf dem Hai-Köder? Ja, das ist der Köder. Der einfach unterm Floß ist. Ja, der hängt da. Mann. Guck mal, unsere Winkelkatze passt auf uns auch. Na klar. Sag das nicht so. Aua. Hattenst du schon mal Bundesjugendspiele? Ja. Ich habe nie irgendeine Auszeichnung bekommen. Scheiße, du musst mich retten. Du musst mich retten. Was? Wo bist du? Direkt an der Insel. Ja, wo denn? An der Insel, das siehst du. Ich treibe da im Wasser. Ach klar, ich sehe dich. Pass auf, der Hai, ne? Oh nein, warte. Ja, ja. Ach, ich muss dich tragen. Ja, schnell aufs Boot und dann ins Bett. Und dann ins Bett. Oh, du bist ziemlich schwer. Hör auf. Mein Inventar ist auch komplett full. Also richtig full. Oh nein. Ja, du hast das mit dem Heilköder leider verkackt. Muss man leider so sagen. Ach ja, ist ja jetzt gut. Du hast jetzt fünfmal gesagt. Ich habe es jetzt verstanden. Na gut. Du bist der Scheiß. Sie hat es verstanden, also... Der Köder sagt was anderes. Ja, wir haben kurz gefarmt, dann... Ist der André aber leider gestorben. Wer hat das eigentlich mit dem Heilköder versaut? Weiß ich nicht. Ich darf das zunächst mal sagen. Ach, kommt ey. Das werde ich jetzt nie wieder lesen. Ich merke das schon. Du hast den aufs Boot geworfen, den Heilköder. Ja, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Oh, bitte. Nobu mobbt mich. Warum? Wahrscheinlich hast du es verdient. Weil er gemein ist. Sehr gut. Kann ich immer alles nur hier auf mich gehen? Boah, du hast Kupfer gesammelt. Gut. Geil, ne? Ja, nicht schlecht. Gefällt mir. Boah, du hast Kupfer gesammelt. Ey, so frech. So frech. Ja, sicher. Ich bin doch richtig am strugglen. Ich habe die Snacks weg. Wisst ihr schon, was für ein Boot ihr bauen wollt? Also Form und Größe? Nein. Aber es muss alles symmetrisch sein. Doch, ich weiß schon was. Ey, hier sitzen ja schon zwei Tauben. Hast du das auch mit mir abgesprochen? Hä? Ne, ich bin der Schiffsbauer hier. Du bist... Ach so. Du bist der Koch. Ja? Die Köche. Ah, hast du... Also ich verpflege dich einfach nur. Alles klar. Alter! Guck mal! Ja, hast du mir doch eben schon mal gezeigt. Was ist das denn? Wälz? Das ist ein anderes. Das ist ein Wälz. Können wir denn schon einen großen Ofen bauen? Ein roher Wälz. Man braucht ein großes Feuer. Ach, unsere Winkelkatze. Können wir sie bitte tauchen? Können wir sie bitte wegschmeißen? Oh! Ich schmeiß dich hier gleich weg. Ich brauch dich jetzt nicht mehr. Mein Gott, ich hab so viele Ressourcen. Das ist unglaublich. Sammelnetz gebaut. Toll! Hier kommt eine fette Kiste. Holst du dir die? Ja. Gut. Sehr gut, sehr gut. Alter, kannst du mir mal planken und... Oder eine Angel machen? Wenn du hier alles rausnimmst? Ja, ja. Sekunde. Na, Angel? Willst du eine verbesserte Angel? Wenn du die machen kannst? Naja, kein Bolzen. Alles klar. Ach, Seile braucht die. Teuer. Ja. Hier. Liegt hier. Auf dem Grill. Jo, thank you. Da kommt eine Insel. Oha, das ist eine Rieseninsel. Haben wir einen Anker? Anker, Anker, Anker! Oh Gott, hier sind so viele Kisten, die werden alle eingesammelt. Und es geht in ein pattens, deinem Sch ostent. Ja.